Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Nachrichtensender des FC Köln. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gefällt mir, um den Kanal zu unterstützen, und abonnieren Sie ihn, falls Sie noch kein Abonnement haben, damit Sie keine aktuellen Nachrichten verpassen. Hier gibt es jeden Tag Videos. Sorgt sich die Mannschaft etwa um ihren Trainer? Es ist Steffen Baumgart hoch anzuwechnen, Schwächelt der FC Köln, ist der Chefcoach der Erste, der sich in die Pflicht nimmt. So groß die Enttäuschung auch sein mag, Baumgart zählt nicht die Mannschaft an, sondern fordert Lösungen von sich selbst. Es ist meine Aufgabe, den Jungs Sicherheit und Klarheit zu geben. Man muss deutlich sagen, das ist mir nicht gelungen. In solchen Situationen ist der Trainer gefragt, die ersten Lösungen muss ich vorgeben, erklärte Baumgart im ZDF Sportstudio. Können froh sein, Steffen Baumgart zu haben. Er stellte sich vor seine Jungs, wählte dabei ganz ähnliche Worte wie in der Krise der Vorsaison, als der FC zwischenzeitlich genau wie jetzt nur einen Punkt aus fünf Spielen geholt hatte. Neu hingegen ist, dass sich die Kölner Profis offenbar bemüßigt fühlen, sich auch vor Baumgart zu stellen. Mit Florian Kainz und DW Selke betonten am Samstagabend der Kapitän und der Lautsprecher der Mannschaft ihr immenses Vertrauen ins Trainerteam. Und zwar jeweils ungefragt, ohne dass die Journalisten in diese Richtung nachgeragt hatten. Durchaus bemerkenswert Selke wurde bei Sky lediglich gefragt, was Baumgart ihm nach Abpfiff gesagt habe, antwortete aber, wir können froh sein, Steffen Baumgart als Trainer zu haben. Jeder identifiziert sich voll mit dem Weg, wie er Fußball spielen lässt. Dem bleiben wir treu. Kainz schloss sein Fazit mit den Worten ab, Dass Spieler ihren Coach stützen, wenn in den Medien eine Trainerdiskussion eröffnet wird, gehört im Profifußball zum Alltag. Um Baumgart allerdings gibt es auch nach der vierten Niederlage im fünften Ligaspiel nicht mal ansatzweise eine Debatte. Angesichts der Aussagen von Selke und Kainz könnte man also meinen, die Profis hätten Sorge, dass sich dies ändern könnte. Dabei war an der Weser nicht Baumgartts Fußball-Idee oder Matchplan das Problem, sondern die Tatsache, dass seine Mannschaft diesen nach 30 starken Minuten plötzlich nicht mehr umsetzte. Genau das bemängelte auch der 51-Jährige, unsere Spielweise wird sich nicht ändern. Aber diese Art und Weise haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr gespielt. Das war nicht annähernd so, wie ich mir Fußball vorstelle, Für Sportchef Christian Keller war alles nach der Pause nicht mehr ausreichend. Und zwar in allen Spielphasen, mit Ball, ohne Ball, in Umschaltphasen, bei Standards. Da waren wir klar unterliegen. Nun gilt es herauszufinden, wie der FC Derat krass von seinem funktionierenden Weg abkommen konnte und wie die Mannschaft den Baumgart-Fußball wieder länger als 30 Minuten auf den Platz bringen kann. Der Trainer weiß, wir müssen in dieser Spielweise auch mal erfolgreich werden. Sonst kann ich nach jedem Spiel sagen, was ein bisschen gut war. Ein bisschen gut reicht nicht für die Bundesliga, das Vertrauen seiner Mannschaft ist ihm gewiss. Kommentieren Sie Ihre Meinung, die wir hören möchten. Ich höre zuerst ein bisschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.